Der Skoda Octavia Kombi zählt zu den beliebtesten Kombis in Österreich und war auch 2013 hierzulande der bestverkaufte Kombi. Die Octavia Baureihe insgesamt belegte Rang 4 hinter Golf, Polo und Tiguan, wobei in Österreich vom Octavia fast nur die Kombis gekauft werden. Die Allradversion des Octavia Kombi ist vor allem bei jenen beliebt, die viel und bei jedem Wetter unterwegs sind. Das Allradsystem ist so ausgelegt, dass unter normalen Bedingungen und bei geringer Last auf Frontantrieb geschaltet ist. Bei Bedarf wird der Antrieb binnen Sekundenbruchteilen auf die hinteren Räder ausgeweitet. Die Mitfahrer merken davon nichts, der Fahrer spürt es an der Traktion. Der Octavia Kombi ist gefällig schlicht gezeichnet und bietet enorm viel Platz. Die Passagiere sind sowohl vorne als auch hinten komod untergebracht. Das Ambiente ist sachlich gepflegt und wirkt hochwertig verarbeitet. Zahlreiche praktische Details erfreuen die Insassen, etwa das simple, aber ideal zu nutzende Handyfach in der Mittelablage. Die diskrete Telefonbox mit Empfangsverstärkung vorne in der Mittelkonsole. Eine 230 Volt Steckdose. Der kleine Abfalleimer in der Seitenablage. Die Fernentriegelung für die Rücksitze. Oder die sich durch kurze Berührung aufrollende Heckablage. Das enorme Kofferraumvolumen reicht von 610 Liter in Grundstellung bis zu 1740 Liter bei umgeklappten Rücksitzen. Weiteres Plus dabei ist die großzügige Zuladung von bis zu 638 Kilogramm. Auch eine Skidurchreiche ist vorhanden. Mächtig Power bietet der drehmomentstarke 150 PS Dieselmotor, der den Octavia Kombi bei Bedarf über 210 kmh schnell macht und in unter 9 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Derart motorisiert lassen sich lange Etappen entspannt bewältigen, da stets ausreichend Kraftreserven vorhanden sind. Im gemischten Testbetrieb genehmigte sich der Motor 6,3 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Der Octavia Kombi 4x4 mit 150 PS TDI Motor ist ab 27.880 Euro im Ausstattungsniveau Ambition zu haben. Die Elegance Variante startet bei 29.910 Euro. Navigation kostet in jedem Fall extra, wobei dann auch noch ein 8 Zoll Touchscreen zu haben ist. Der günstigste Octavia Kombi 4x4 ist übrigens der 105 PS TDI ein bisschen um 26.360 Euro.